Ich. Mit ner Nintendo Switch. Irgendwann mal. Wegen Zelda. Oder Mario. Oh, oder wenn Xenoblade Chronicles 2 kommt. Aber jetzt noch nicht. Warum auch? Ich hab eh keine Zeit für Handheld. Ich fahre kein Bus. Oder Bahn. Und ich hab meine PS4. Oder den PC. Nee. Nicht noch einmal. Okay, die Konsole ist beliebt. Must Play Titel. Soll ganz gut sein. Hab gerade ein bisschen Geld locker. Fühlt sich gut an. Gutes und klares Bild. Sticks sind etwas schwammig. Ob mir die nicht mal brechen? Mario ist schon schnell installiert. Okay, das macht Spaß. Hm. Klack. Okay, das macht mega Spaß. Aber hab mir den Pro Controller gekauft. Ziemlich teuer. Klack. Fühlt sich aber richtig gut an. Ich muss kurz pinkeln. Ich geh jetzt schlafen. Ich bin gerade aufgestanden. Muss gleich zur Arbeit. Ich drück den Power Knopf. Und zack. Bin direkt wieder im Spiel. Keine Wartezeit. Ich hab gerade keine Zeit. Naja, wenn ich schon mal warten muss. Klack. Zum Glück hab ich heute schon mal vorgearbeitet. Ich in der Mittagspause. Während ich koche. Ich krieg Besuch. Ich schalte die Switch in den Standby. Ich schalte die Switch wieder ein. Bin direkt im Spiel. Zeige die Switch den anderen. Alle begeistert. Vor allem vor Mario. PS4, Xbox und PC. Ich warte auf eine Switch-Version. Ich spiele weiter. Klack. Weiter. Klack. Meine Frau kommt nach Hause. Ich spiele weiter. Ich will was anderes spielen. E-Shop. Sieht besser aus als damals. Golf Story im Angebot. Für zwischendurch bestimmt ganz cool. Für zwischendurch richtig Hammer. Klack. Ich hab mir neue Spiele gekauft. Mario und Rabbids. Klack. Tasche gekauft. Klack. Ich will noch mehr Joy-Cons. Klack. Ich hab die Switch vergessen. Klack. Klack. Ich liebe sie.